Juhu, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Breath of the Wild. Oh, Hilfe. Ah! Sie soll... Willst du mich gerade verarschen, Mann? Hier kriegst du den Face. Boah, wie lange dauert das denn zum Ausholen? Fuck you. Wat? Hier bin ich. Hier wurde... Ach, da oben. Habe ich das schon links gesehen, Mann? What the fuck? Oh mein Gott. Hier ist so klar. Ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin sie dann. Oh, dang. Dieses Zahnbürsten-Werbungsgrenzen. Wie du dich bewegst. Diese Körperspannung. Boah, fuck you. Das geht doch nicht wahr, Mann. Ja, ich renne halt auch noch genau da rein, ne? Boah, ja. Es sind ja nur 30 von denen da. Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Oh, fuck you. Und der immer so, ah, ich bin so fabulous. Yeah. Und Len guckt so. Ah, he is so hot. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss irgendwo hochlatschen, aber wo? Ich sag, wo, wo, in den Po. Ich sag, wo, wo, in den Po. Oh Gott, der hat einen super Aufladebogen. Mit Elektrokacke und so'n Scheiß. Oh, fuck, die haben alle Elektrokacke und so'n Scheiß. Ah! Oh. Fuck my life. Ich nehm alles mit, lalala. Was in eurem Wald ist. Ich lau' euch alle eure Vorräte. Ich lau' euch euer ganzes Leben. Für jeden Weg gibt's auch den super Cheater-Ausweg. Ich hab keine Ahnung, was der unten dann für geile Sachen da verpasst hätte, aber... Juckt mich nicht. Wo ist er? Wie stalkt er mich da, dass er mich von hier aus sehen kann? Durch die Brücke hindurch einfach. Der hat so Invisible Vision. Kann so unter Klamotten und Gegenstände gucken. So nah und doch so fern. Oh my God, so romantic. Oh! Ich schmeiß dir einen Stein auf den Kopf. Oh my God, Hilfe! Ich hab auf dich gewartet, Lay. Hier bin ich ein Senken. Das klingt super sexuell. Nein, das ist falsch. Ich geh da hin. Oh! Wo warst du? Was klingt so? Ach, cool. Ist ja chillig. Wie so'n Aufzug. Hoi! Das ist der Big Sugar Daddy. Der rechte, der Hylianer? Du bist dieser... Ach, Recke. Ich liess die ganze Zeit rechte. Wir hatten, du weintest nicht mehr unterlieben. Ich hab geschlafen. Beste Antwort. Du möchtest in den Titanen eindringen. Das ist auch noch so schön markiert. So, hm? Nein. Ey, ich werde dir helfen. Ich hab mit Zähnen immer so... wieder verkehlt. Okay, ich würde aber sagen, wir werden den Party hier. Es ist nämlich 10 vor 4 Uhr nachts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka Brows.